Wir müssen Ruhe reinbringen und genau das hat der Zaun zum Ziel. Herr Regierender Bürgermeister, wenn Sie denn der Meinung sind, ein Zaun könnte Probleme lösen, dann können Sie diese Position ja vertreten. Aber dann müssen Sie die doch auch vernünftig begründen und nicht mal das können Sie, Herr Wegen. Sie haben behauptet, im Girlie zwingen Dealer 14-Jährige in die Prostitution. Die Polizei hat gesagt, da haben wir keine Hinweise für. Dann stellen Sie die Behauptung auf, ein Zaun um den Central Park in New York hätte dort für Sicherheit gesorgt. Ist auch falsch. Und zuletzt haben Sie mit falschen Zahlen rund um die Einsatzkräftestunden der Polizei um sich geworfen. Also, Herr Wegner, Sie erzählen den Menschen Sachen in dieser Stadt. Da biegen sich die Balken.